Willkommen zurück zu Let's Plane Mass Effect 2 Ja wir haben ja immer noch unseren Spaß mit dem Creepern und äh Warten eigentlich nur darauf, dass die hier mal wieder verschwinden Jetzt reicht, jetzt reicht Jetzt nehmen wir erstmal... Oh, warum leckt das denn, Mann? Lauf zu lecken Das hast du letztes Mal nicht gemacht Äh So, vier Munition dran machen Ja natürlich spielen wir das Hallo? Ach Shepard, Mann Nur weil da so ein bisschen Deckung im Weg war Wenn du willst, ist das hier alles gönnen Der ist überrascht So Toll Noch ne Runde Wir haben ja Langeweile Sonst nichts zu tun Oh, da ist nur... Au! Thane, was ist mit dir los? Warum? Was geschah? Komm, dann verbrennen wir dich noch Und geh auf Nein Haben wir... Haben wir doch alle schöne Ladies, ey Ist doch alles gut Was kommt Ich bin jederzeit zum Abgang bereit Ich bin jederzeit zum Abgang bereit Ich bin jederzeit zum Abgang bereit Lassen Sie die Triebwerke warmlaufen Ich werde den Laden in die Luft sprengen Was gemacht, Commander Äh, Commander Da kommt kein Signal von den Bekannten rein Indie stellt durch Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft Ach was, wir fangen gerade an Ich bin hier noch nicht fertig In zehn Minuten ist diese Basisgeschichte Warten Sie Ich habe eine bessere Lösung Ich habe die Pläne vor mir, die Edi hochgeladen hat Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten Aber Maschinen und Technologie intakt lassen Das ist unsere Chance, Shepard Sie haben einen Reaper gebaut Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten Ich bin hier, um Sie zu zerstören Aber wenn Sie einen anderen Vorschlag haben, höre ich Ihnen zu Wir haben einen Einzelsieg errungen Aber wir befinden uns immer noch im Krieg Diese Basis gibt uns die Technologie, die wir für den Kampf gegen die Reaper brauchen Vielleicht ist das besser so Shepard, ich habe mein Leben lang Leute getötet, die das auch verdient hatten Wir dürfen nicht zu dem werden, was wir hassen Einem Ehrlichen ist nicht bewusst, welches Risiko das für die Menschheit darstellt Führerschaft heißt auch Opfer bringen Das wissen Sie selbst am besten, Shepard Ja, wir benutzen es Bei einer derartigen Bedrohung sind Regeln wertlos Wenn diese Station uns helfen kann, die Reaper aufzuhalten, müssen wir sie benutzen Das ist die richtige Entscheidung Ja, ich habe ja gesagt Bad Ending Oder anderes Ending Ich weiß, ich hoffe, es gibt jetzt dadurch ein anderes Ending Ich bin mir Unsinn Weg hier In 10 Minuten gibt der Reaktorkern einen Strahlungssimpuls ab, der alles an Bord tötet Tja, nur da hat unser lieber Freund was gegen Ich habe es dann gerade schon gehört Mama Ich schreit nach deiner Mama Äh, wie war das noch? So nicht So war das Oh verdammt Ja, lieber er ist mein Glück und mein Glück Ohhhhhhh Lass uns doch nicht immer von den Leuten sprechen Mr. Terminator Wir sind wieder einmal in das Haus Scheiße Äh, auf die Augen, auf die Augen, auf die Augen Das war knapp Das war knapp Ich finde, wir machen dann... Was war ich denn da? Ja, ganz genau, ich gehe am besten mal in den Nahkampf rein Kann man eigentlich beide Augen rechts treffen? Also links von ihm treffen? Das würde mich auch interessieren Wenn ich rechts sage, kommst du links Ich glaube dort in der Mitte ist am Anhalt Das war knapp Ähm Verdammt, ich verpasse immer diesen einen Moment Wo er uns die Augen zeigt So, die nächsten Schutzkisten damit ab Habe ich mir eben entschieden Oh Oh, ich hab's überbrochen Haha Boah Boah Boah, wie weit die Frage geht eigentlich ist er ja wirklich ganz schön weit von uns entfernt Auch wenn ich nicht verstehe Warum man nicht einfach einmal volle Kamile auf uns, äh drauf haut Weil ich denke, dann wären wir Platz Ja, hallo Shepard Shepard, du bist mir manchmal mit Nase Okay Habe ich den letzten Schuss ein bisschen vorgeraten Aber ist egal, ist egal Ich meine, äh Eine Viertel Lebensleistung nur noch Das ist nicht mehr die Welt für den Äh, vorn links Na, oder verdammt Du brauchst gar nicht mehr zu gucken Ja, ich weiß, wir sind schlimm Ja, sorry Leute, wenn ich im Kampf ein bisschen ruhiger bin Shane Kommst du mal bitte hier mal wieder zurück, dann schau Äh, natürlich nichts Aber so, klar Wibberchen, du hast ein bisschen nichts Mal umwappen Ich verstehe Naja, ist auch nicht weiter schlimm Manchmal funktioniert es, verliert vernünftig zu schießen Manchmal nicht Ich verstehe nicht, egal was du machst Oh, komm schon, lad nach Hm, okay Einmal muss er noch auftauchen, dann haben wir es geschafft Ach, ich kann ja Na komm, trau dich Oh, ha Was, Feuer einstellen? Ich muss das Zeit zerstören Egal, ob ihr dabei drauf steht oder nicht Komm schon, schießt alles drauf Ah, geht doch, letzter Schuss Bam Standbild, bam Yay Wir sehen ihn nicht runterfallen Weil Standbild Hallo Dankeschön Sorry, Leute Ich weiß nicht, warum Wieso, weshalb Es ist passiert Und da diesmal alle auf Loyal waren Sind auch wirklich alle am Leben Und da haben wir Äh, also wir lassen uns nicht zeigen, jetzt noch kurz Aber das machen wir natürlich nicht Na Warten Es geht Es geht Es geht Es geht